Sven ist Traitor. Ey, ey, das will ich überhört haben. Doch, definitiv. Wenn du das sagst, ne? Ich weiß das schon. Und Medita sagt nichts dazu, dann ist Medita Traitor. Ich weiß das schon. Es ist überhaupt noch nicht ausgelöst, der Traitor. Doch, klar, das ist schon längst drin. Das ist eine moralische Entscheidung. Moralisch? Dann ist Tim immer Traitor. Dann bin ich nie Traitor. Timmy. Dieses Geschütz hier, was nur so durchsichtig ist, ne? Ja, das habe ich auch nicht kapiert. Ich gehe jetzt hier raus. Medita ist bei mir. Bier. Drei. Medita ist bei mir. Medita ist bei mir. Medita ist bei mir. Sven 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 ist bei mir. Ich habe einen Leck. Na toll. Okay. Geht ja. Sven ist bei mir. Sven ist bei mir. Sven ist bei mir. Ich bin gar nicht bei dir. Sven sitzt in der Ecke und weint. Ja. Ey, lass mich in Ruhe. Tim ist hier. Tim ist hier. Tim ist hier. Tim schieß auf mich an. Warum habe ich hier wieder Lecks? Komisch. Sven, 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 Sven. So, ich setze mich jetzt hier. Alter Tim. Verfolg mich doch nicht. Komm, verpiss dich doch mal. Ja, ich gehe ja schon. Ja, genau. Geh da rein. Los. Oh, jetzt mach die Tür hinterher zu. Ja, ich muss warten. Genau so. Ich könnte jetzt mal den Tim... Hier, warte, Tim. Guck mal her. Guck mal an die Tür. Aber ich dachte gerade, dass wer die Traitor war für den Turtle. Warte. BAM. Ja, mir schön kurz. Oh, ich habe den Kopf wieder kaputt gemacht. Nein, so. Guck mich um. Ich weiß nicht. Ich kenne mich hier auf dem Airbus noch überhaupt nicht so aus. Kennst du die ganzen roten Hände noch nicht? Ja, ich weiß noch gar nicht, was die ganzen Traitor-Waffen machen. Ja, genau. Ich muss doch erst mal das Traitor-Menü abgucken. Warst du dabei, Tim, wo ich Yassin aus der Luftschleuse gekickt habe? Das war so geil. Du kannst dann straight in die Luftschleusen öffnen. Dann sprengen die so auf und die Leute werden rausgezogen. Als ich das letzte Mal auf dieser Map war, war ich ja sofort tot. Immer. Oh, okay. Hier hat jemand schon mal die Zwischentüren zugemacht. Sven. Au? Nee, zu. Ich sehe es. Also, einer. Direkt ganz oben. Also, wenn du da in diesen Schlafbereichen vorbeiläufst, da ist da so eine kleine Küche. Da ist einer auf... Oh, was war das? Wer schießt da? Was war das? Oh, achso, das warst du. Alter. Ich weiß nicht. Wie war Tim übrigens, ne? Ich bin weiß, wenn. Ich bin... Jetzt auch, jetzt bin ich tot. Alter, verwalten. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Der hat gerade was aus der Hosentasche geplumpst. Mir? Achso, das warst du so eine Limo hier. Ist das gerade so... Hast du gerade eine Granate fallen lassen? Ich habe meine Limo verloren. Ich habe meine Limo verloren. Hier ist offen. Ja. Aber wenn ich jetzt tot bin, liege ich tot im Schach. Ey, ich komme nicht weg. Ich glaube, das ist... Ja, weil ich auf deinem Kopf stehe. Gehst du mal runter vom... Okay, ich hätte dich jetzt doch... Guck mal, ich hätte dich jetzt schon dreimal töten können. Ah, stimmt auch wieder. Ey, wir sind hier gefangen, oder? Wir können auch hier runter. Warte. So, hier geht's runter. Wo ist denn mal die... Da? Du mit deiner Limo-Dose. Ich spring dir schon wieder hinterher. Oh, leck, leck. Hier unten, was? Ich bin auf Klo. Ach nee, das ist gar kein Klo. Ah, das passiert mir immer wieder. Jetzt bist du in den Raum gekommen vom Traitor, wo man nicht mehr rauskommt, oder wo man nicht mehr rausfindet. Was? Nein, ich bin hier so schnell. Boah, ich hätte dich jetzt fast erschossen, weil ich dich nicht hier erwartet habe. Ich war eine Zitrone am Abschießen. Wie gefährlich ist das denn? Nein, nicht, weil du geschossen hast. Achso, weil du gedacht hast, wo the fuck ist das? Ja, ich dachte, du wärst woanders. Wir laufen doch hier voll im Kreis. In zwei Minuten haben wir gewonnen. Tim, mach mal Radar an. Geh, warte. Geh, warte. Vorher mach ich mal die Tommy Gun. Äh, Tommy Gun. Hier sind auf jeden Fall überall die Türen auf. Thomas, Thomas. Bodenklappen. Die Logomotive. Die Logomotive. Sprich mal rüber. Wo bin ich denn hier? Auf jeden Fall, wir müssen aufpassen. Weißt du, wo die sich... Weißt du? Ich glaube nicht, dass du es bist. Nö, sonst wären doch hier die ganzen Bodenklappen nicht auf gewesen. Ich hab den Fahrstuhl geholt. Hier ist auch eine Bodenklappe auf. Ach nee, aus der kommen wir. Ich wette, Madita hat sich irgendwo verlaufen. Ich glaube langsam auch. Ändert sich da oben irgendwas? Ja, die... Das Grünlicht springt, aber ich... Wo sind wir denn ganz unten, ne? Na toll, man drückt eh beide Knöppe. Vielleicht soll ich es reparieren. Was? Hä? Warum kam jetzt übrigens der Aufzug? Madita ist irgendwie gestorben. Ich hab dich selbst eingesperrt und kam nicht mehr weg. Und dann bin ich aus dem Flugzeug gesprungen. Was war das denn? Was war das denn? Ich dachte, die Karte ist erst, hab ich... Aber wir haben es geschafft, uns nicht gegen die Karte zu fallen. Ich glaube, wir haben die... Wuuuuh. Äh, ich sehe gerade einen Teil von der Zelda-Map. Da ist ein Wasser gespiegelt. Keine Ahnung. Ich bin eine Schrottie. Ich auch. Nein, kein Sniper. Ja, eine Sprottie. So, lass mich raus hier. Angst. Ey, wir sind doch noch gar keiner. So. Ich hab immer auf mich schießt. Ihr habt erschossen. Okay, wer schießt da? Ja, jetzt sind wir noch nicht so weit. Oh nein, oh nein. Eins, null. Traitor! Ich bin nicht Traitor. Ja, ich auch nicht. Madita ist auch nicht Traitor. Einer von euch beiden muss sich unsicher fühlen, weil ich bin unschuldig. Ja, dann fühle ich mich unsicher. Ich bin hinter Sven. Ich bin hinter Sven. Ich gehe mit Sven geradeaus durch. Und jetzt bin ich beim Sven immer noch. Bist du das hier auch? Also ist bei dir hier auch ein unsichtbares Geschütz? Ja. Wie da vorne. Aber ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich kann eine Tritle irgendwie akzeptieren. Ich glaube, es ist Sven. Es ist definitiv Sven. Warum? Nein, nein, nein. Ich will nicht hinter Madita stehen. Es ist definitiv Sven. Ich will nicht hinter Madita stehen. Ja, ich traue euch beiden nicht. Nein, nein. Äh, Traitor. Wow. Ja. Hättest du mal auf mich gehört? Ich hab gesagt, einer von euch muss sich unsicher fühlen. Oh, ich hab nur diese hässliche Visage gesehen. Ja, ich auch, ey. Und danach den Zug. Und dann schreckt ich da jedes Mal. Das ist aber so typisch Sven, ne? Wenn ja, dann machen wir es immer gleich richtig. Wir geben ihm auch mal so eine Steilvorlage. Oh, hier ist aber auch die... Also, Thomas, die Lokomotive echt mies. Ja, stimmt. Ich glaube, die sollten wir auf der Map hier verbieten. Die ist... Ja, das nicht. Die ist halt langsam. Aber ich hab halt nicht gesehen, dass hinter mir eine Wand ist. Ich dachte, ich könnte noch ausweichen. Oh, man, ey. Oh, schön. Oh, Mann, ey. Oh, ich hab dich noch getroffen. Ich hab dich noch getroffen. Ich hab dich noch getroffen. Das ist schön, dass es sein. Bam. Bam. Wo ist das blau Häuschen? Ich hab erst nur einen gesehen. Und dann hab ich gedacht, die Tüche nicht soll. Dann waren aber beide da. Das ist so. Oh, warte, warte, warte. Hier. Ich hab mich ja auch noch vorbeigeschossen. Oh, mein Gott, was ist hier mit der Wand aus hier? Bam, 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 bam. Klatsch, klatsch. Oh. Ihr wolltet mal ein bisschen Farbe, oder was? Ein bisschen. Äh, äh, ich geh weg. Ach, direkt ne Schroti. Ich geh direkt weg von euch, so. Tötet euch gegenseitig. Ich bin raus hier. I'm out of here. Hilf mit dir. Hallo. Geh. Hallo, hilf mit dir. Hilf mit dir. Geh. Folge dir. Geh. Folge dir. Geh. Folge dir. Nein. Ich bin innocent. Jeder von uns ist innocent. Ich bin auch unschuldig. Warum bin ich auf einmal wieder innocent? Ach, ja klar, ich weiß, wie es neu installiert. Warum bin ich auf einmal innocent, wie ich es neu installiert habe? Eigentlich stand ja immer unschuldig bei mir. Aber weil es ja jetzt wieder auf Grundeinstellung ist, ist es ja nicht mehr deutsch. Muss ich gleich mal umstellen. Hä, warum ist das jetzt zu? Oh Mann. Hm. Lass mich in Frieden. Frieden. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Weg. Das ist mein Lagerraum. Keiner geht in meinen Lagerraum. Ach ja. Lass mich. Raus hier, raus hier. Meiner. Geh weg. Du kleine Drecksau. Ich geh da mal weg. Ich hab keine Lust auf Tim. Lassi, wo steckst du eigentlich? Weg. Tim, du bist tot, ne? Ben hat dich gek... Gah, das ist doch scheiße. Ich hab das, ey. Uh, hui. Zu unnormal. Dann hat sie immer einfach so ein Baby ins Gesicht bekommen. Ich hab das Baby nicht mal gehört. Wir waren ganz unten. Das war bei dir auch ein Boomerang. Ja, bei dir war es ein Boomerang. Ich hab verstanden, ich hab ein Baby ins Gesicht bekommen. Nein, nein, Tim hat ein Baby ins Gesicht bekommen. Tim. Mann. Wenigstens hab ich relativ schnell gecheckt, ne? Ja, stimmt. Tim, bist du tot? Es hält mir aber auch echt schwer, so zu tun, als ob ich es nicht wäre, wenn wir nur zu dritt sind. Ja, das ist schwieriger. Ich war so, warum? Ich such dir jetzt einfach einen König. Ich freu mich, wenn wir wieder zu fünf sind oder zu viert. Ja, das war echt cool. Aber warum hat ja wieder keiner Zeit, ne? Na, echt, ey. Wie Schweine. Kaum ist Tim da, hat mir keiner wieder gespielt. Ja, Tim, du bist mir das zu denken geben. Nur wir spielen mit dir, weil wir deine Freunde sind. Ja, genau. Aus Mitteln. Geh weg. So. Okay, wir machen das jetzt so. Jeder, der in meinen Frachraum kommt, ist tot. Hier ist etwas, was ich gerne anschießen will, aber ich hab Angst, dass ich in die Luft fliege. Schieß drauf. Oh, ne. Liegt nicht in die Luft. Ich arbeite hier an der Rezeption. Boah, Alter. Warum schießt du auf mich? Ich kann das mit den Waffen ausprobieren. Ich dachte zuerst, du hast den Babygun gezückt, ey. Und dann war es nur die Diegel. Ich will sagen, die Runde geht an. Du, du, du. Er gewinnt schon wieder, ne? Ja. Aber diesmal bin ich ganz hinten. Das war ja schon wieder eine Runde. Ne, eine kommt noch. Eine Map. Also, einmal die Map. Ja, ich meine, aber das war es jetzt für die Map-Runde. Das ging schnell. Ich fände hier einmal Traitor. Achso. Doch, eine noch. Ja, eine kommt noch. Ach. Komm. Verdammt. Wo ist denn jetzt diese Schrotwünste? So, geh weg. So, ich bin jetzt in meinem Frachtraum. Jeder, der in meinen Frachtraum kommt, stirbt. Außer, ich bin Traitor. Ja, das ist ein Schrotwünste. Dann töte ich euch. Super. So, okay. Aber keine Schwul finden wir nicht mehr. Hier ist besser. Hier ist besser. Bin eh innocent. Ja, natürlich bin ich innocent. Warum sollte ich auch was anderes sein? Oh, eins. Risiko. So. Da, Kringdack. Lalalalalalalalalalalalalala. So, was sehen sie denn alle? Das Fenster kurz so gemacht. So. Da ist doch was. Oh, oh. Geh weg. Ich dachte, du bist unten in deinem scheiß Frachtraum. Nein, ich hab gesagt, ich hab was anderes gefunden. Ach so. Nee, nicht, wenn du mich hier siehst. Du bist ein... Nein. Ey. Ich könnte dich jetzt einfach töten. Weg. Lass mich. Ich bin jetzt in meinem... Hallo? So, jetzt geh ich in meinen... Komm doch ins Nachbarklo. Nee, nicht schon wieder Sven. Nein. Nein. Na, dieser Sex auf der Toilette. So, ich arbeite jetzt hier wieder in meinem Computer. So, was sagt der? In meinem Computer? Oh Mist. Das war wohl nichts. Nicht viel. Ich glaube, dass... Einer von euch Träte ist. Ach. Oh Mann. Oh nein. Was ist denn jetzt so? Ist mir mein Computer kaputt gemacht irgendwie. Wie im wahren Leben. Tim macht jetzt nur seinen T-Zicker. Oh Mann. Weg, das ist... Boah, du Wichser. Nein, nein. Sven ist es. Nein. Nein. Verdammt. Ich hatte mich auch schon schön verbrannt. Okay, was machen wir als nächstes? Äh... D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Uff. Dollz. Dollz. Dollz, ja. Dollz. Dollz ist cool. Okay, dann machen wir Dollz. Oh nicht funktioniert die auch. Hoffentlich funktioniert die auch nicht. Hoffentlich hat die Waffen. Ja, schaffe ich mir nicht. War es wieder mit dieser Folge. Und wieder Sven hat gewonnen. Yeah. Bye-bye. Ciao.